Die Schlacht in der Bucht von Manila fand am 1. Mai 1898 während des spanisch-amerikanischen Krieges statt. Das Asien-Geschwader der Vereinigten Staaten unter Commodore George Dewey traf auf die spanische Pazifikflotte unter Patrizio Montoyo Y. Pasaron. Bei der Schlacht wurde das gesamte spanische Geschwader vernichtet. Die Schlacht wurde in der Bucht von Manila auf den Philippinen ausgefochten und war die erste nennenswerte Kampfhandlung des spanisch-amerikanischen Krieges. Vorgeschichte Admiral Patrizio Montoyo Y. Pasaron, der zügig auf die Philippinen versetzt worden war, standen lediglich eine Anzahl veralteter Schiffe zur Verfügung. Seine Bemühungen, seine Position im Einsatzgebiet zu verbessern, waren von geringem Erfolg. Die Korruption in den Reihen der spanischen Kolonialbürokratie arbeitete allen seinen Bemühungen entgegen. So wurde zum Beispiel Sprengstoff, der für Seminen vorgesehen war, stattdessen an Baufirmen abgegeben. Und eine von Madrid versprochene Verstärkung bestand aus zwei spärlich ausgestatteten Aufklärungskreuzern. Trotz dieser Schwierigkeiten entschied Montoyo seine Schiffe außerhalb der Reichweite der spanischen Festungskanonen. Der Hafen war von vier Batterien geschützt in seichtem Gewässer zu ankern. Seine Überlegung war einerseits die Angehörigen seiner Besatzung, die in der Umgebung der Geschütze wohnten, nicht mit einem Bombardement auf die Stadt zu gefährden, andererseits den Überlebenden seiner Flotte im Ernstfall die Möglichkeit zu geben, an Land schwimmen zu können. Die Schlacht Bei Tagesanbruch des 1. Mai führte George Dewey an Bord des Kreuzers USS Olympia ein kleines Geschwader von Schiffen in die Bucht von Manila. Bei der Durchfahrt explodierten zwei Minen, die jedoch keinen nennenswerten Schaden verursachten. Um 5.10 Uhr am Morgen eröffneten die Spanier das Feuer. Um 5.30 Uhr erhielt Gridley der Kommandant der Olympia mit den Worten Sie dürfen feuern, wenn bereit den Feuerbefehl und begann das Artilleriegefecht, das letztlich in der Vernichtung der spanischen Pazifikflotte mündete. Das US-Geschwader setzte sich in einer Linie vor die spanischen Schiffe und Festungen und feuerte seine gesamten Backbordwaffen ab. Danach zogen die Schiffe sich ein wenig zurück, wendeten und feuerten mit ihren Steuerbordwaffen. Dieses Manöver wurde fünfmal wiederholt, wobei die Entfernung zum Gegner immer weiter verringert wurde. Die meisten der spanischen Schiffe waren danach entweder zerstört oder ergaben sich. Die spanische Flotte kämpfte zwar energisch, war aber, da die Schiffe vollkommen veraltet waren. Letztlich chancenlos gegen die modernen amerikanischen Schiffe mit ihren gut gedrillten Besatzungen. Die elf spanischen Schiffe und fünf Landbatterien wehrten sich insgesamt zweieinhalb Stunden. Die amerikanischen Schiffe zogen sich um 7.45 Uhr zurück und griffen gegen 10.40 Uhr erneut an, bis die Spanier um 12.40 Uhr ihre Aufgabe signalisierten. Das Ergebnis des Kampfes war eindeutig. Duy gewann die Schlacht mit nur einem Gefallenen unter seinen Besatzungsmitgliedern. Ein Ingenieur auf der nicht direkt Beteiligten Mekale hatte einen Herzanfall. Die Folgen Das spanische Bestreben, Duy mit einem Entlastungsgeschwader anzugreifen, kam nie zustande. So ging der Seekrieg auf den Philippinen über in eine Serie von Zuschlagen und Verschwindenangriffen mittels Torpedobooten eine Taktik, die während des gesamten restlichen Feldzuges unverändert durchgeführt wurde. Obwohl die Spanier einige Schläge gegen die amerikanische Dominanz erzielten, gab es dennoch keinen amerikanischen Gefallenen, der mit direktem spanischen Feuer in Verbindung zu bringen war. Am 2. Mai landete Duy mit seinen Streitkräften den Marines bei Cavite. Dort vervollständigte er die Zerstörung der spanischen Flotte und ihrer Verteidigungsgeschütze. Zudem richtete er einen Posten ein, der die spanischen Hospitäler schützen sollte. Der Widerstand der Festung war als schwach zu bezeichnen. Die Olympia feuerte einige Schüsse auf das Arsenal von Cavite, woraufhin dessen Magazin plötzlich explodierte. Dabei wurden einige Insassen getötet und viele weitere verwundet. Dieser Volltreffer beendete das Feuer der Batterien endgültig. In Erinnerung an George Deweys Führungsrolle während der Schlacht in der Bucht von Manila wurde eine spezielle Auszeichnung, bekannt als die Dewey-Medaille an alle Offiziere und Seeleute ausgegeben, die unter dem Kommando des Admirals gestanden hatten. Dewey wurde später mit einer Beförderung ausgezeichnet und in den Rang des Admiral of Air Navy erhoben, den zuvor noch niemand in der Geschichte der United States Navy inne hatte. Beteiligte Schiffe An der Schlacht beteiligt USS Olympia Flaggschiff geschützter Kreuzer USS Baltimore geschützter Kreuzer USS Raleigh geschützter Kreuzer der Cincinnati-Klasse USS Boston geschützter Kreuzer der Atlanta-Klasse USS Concorde Kanonenboot der Yorktown-Klasse USS Petrail Kanonenboot Nicht an der Schlacht beteiligt USRC Mekale Kutter der Zollbehörde USS Nanschen Kohlefrachter USS Safiro Versorgungsschiff Geschützter Kreuzer USS Olympia Geschützter Kreuzer USS Baltimore Geschützter Kreuzer USS Raleigh Geschützter Kreuzer USS Boston Kanonenboot USS Concorde Kanonenboot USS Petrail Zollkutter USRC Mekale Kohlefrachter USS Nanschen An der Schlacht beteiligt Rhein-Arch-Christiner Flaggschiff Ungeschützter Kreuzer der Alfonso der 12. Klasse 3042 IS 663 mm Kanonen 16 Knoten Castilla Ungeschützter Kreuzer der Aragon Klasse 3289 TS 450 mm 2 120 mm Kanonen Nur noch schwimmende Batterie Don Antonio de Ullo Ungeschützter Kreuzer der Velasco Klasse 1152 TS Nur 2 120 mm Kanonen Teilweise desarmiert in Reparatur Don Juan de Austria Ungeschützter Kreuzer der Velasco Klasse 1152 TS 4 120 mm Kanonen 13 Knoten Isla de Luzon Geschützter Kreuzer der Isla de Luzon Klasse 1030 TS 6 120 mm Kanonen 14 Knoten Isla de Cuba Geschützter Kreuzer wie vor Marc Vestelduro Kanonenboot der Fernando El Catolico Klasse 492 TS Eine 163 mm 2 120 mm Kanonen 10 Knoten Nicht an der Schlacht Nicht an der Schlacht beteiligt Velasco Ungeschützter Kreuzer der Velasco Klasse Desarmiert in Reparatur El Correo Kanonenboot 560 TS 320 mm Kanonen General Leso Kanonenboot der General Conce Klasse 520 TS Desarmiert Agus Kanonenboot 508 TS Eine 88 mm Kanone Mindanao Transportschiff 1900 TS Brack des Kreuzers Rain A. Christina Kreuzer der Aragon Klasse Kreuzer der Velasco Klasse Kreuzer Isla de Luzon Kreuzer Isla de Cuba Duis Berichte Hong Kong May 7 1898 Secretary of the Navy Washington The squadron arrived a Manila at daybreak this morning Immediately engaged enemy and destroyed are the following Spanish facets Rain A. Christina Castella Don Antonio de Bilo Don Juan Die Austria Isla de Luzon Isla de Cuba General Leso Matisse del Duero El Correo Velasco One Transport Isla de Mandano Water Battery Et Cavite I shall destroy Cavite Arsenal Dispensatory The squadron is uninjured Fiumen were slightly wounded I request a department will send immediately from San Francisco fast steamer with ammunition The only means of telegraphing is to the American Consul at Hong Kong Dewey Hong Kong Secretary of the Navy Washington Das Geschwader kam heute Morgen bei Tagesanbruch von Manila an Unmittelbar danach wurde der Feind angegriffen und folgende spanische Schiffe zerstört Rain A. Christina Castella Don Antonio de Bilo Don Juan Die Austria Isla de Luzon Isla de Cuba General Leso Matisse del Duero El Correo Velasco Ein spanisches Transportschiff Isla de Mandano So wie die Seegeschütze von Cavite Das Geschwader ist nicht beschädigt Einige wenige Männer wurden verwundet Ich bitte um einen schnellen Dampfer mit Munition durch die Dienststelle in San Francisco Die einzige Möglichkeit zur Telegraphie ist zum amerikanischen Konsulat in Hong Kong Dewey George Dewey Hong Kong May 7, 1898 Secretary of the Navy Washington I have taken possession of the Naval Station at Cavite Philippine Islands and destroyed its fortifications Have destroyed fortifications by entrance paroling garrison Have cut cable to my land I control bay completely and can take city at any time But I have not sufficient meant to hold The squadron exzellent held in spirits The Spanish lost not fully known very heavy 150 killed including Captain On Rain A. Christina Lohn I am assisting in protecting Spanish Sick and Wounded 250 in number in this hospital With I know airlines Will ammunition be sent I request answer without delay I can supply squadron coal in provisions for a long period More excitement at Manila Scarcity of provisions on account of not having economized stores Will protect foreign residents Dewey Hong Kong Secretary of the Navy Washington Ich habe den Flottenstützpunkt in Cavite Philippinische Inseln in Besitz genommen und ihre Befestigungen zerstört Habe die Befestigungsanlagen am Eingang der Bucht zerstört und die Besatzungen zum Teil entlassen Ich habe volle Kontrolle über die Bucht und kann die Stadt jederzeit nehmen Habe aber nicht genügend Männer um sie zu halten Das Geschwader befindet sich in ausgezeichneter körperlicher und geistiger Verfassung Kenne die spanischen Verluste nicht vollständig Schätze sie aber sehr hoch ein Allein 150 Tote einschließlich des Kapitäns auf der Rhein A. Christina Ich helfe die spanischen Kranken und Verletzten zu schützen 250 insgesamt in einem Hospital innerhalb unserer Linien Wird Munition geschickt Ich erbitte um Antwort ohne Verzögerung Ich kann das Geschwader mit Nachschub und Kohle für einen langen Zeitraum versorgen Große Erregung in Manila Werde ausländische Bewohner schützen Dewey George Dewey Siehe auch Schlacht von Manila Spanisch-Amerikanischer Krieg Philippinisch-Amerikanischer Krieg Zeittafel des Philippinisch-Amerikanischen Krieges Belege A. B. Depeschen übermittelt zwischen Admiral George Dewey und John D. Long Secretary of Army Department of Army Naval Historical Center Abgerufen am 8. Dezember 2011